Coffee Circle ist eigentlich ganz einfach. Von uns bekommst du die besten Kaffees der Welt. Alles, was du brauchst, um sie zu brühen und richtig viel Kaffee wissen. Dafür sind wir immer und an den entlegensten Orten für dich auf der Suche. Nach den besten, natürlich angebauten Bohnen, nach den spannendsten Aromen, nach der perfekten Röstung. Und du? Machst daraus einfach, was immer du daraus machen willst. Ein Ritual, kein Ritual, ein Statement für den klassischen Geschmack oder eines für exotische Aromen, die an wilde Beeren oder tropische Früchte erinnern. Mal nimmst du einen Schluck, damit du raus in die Welt und Wunder vollbringen kannst. Mal einen, um für einen Moment die Welt anzuhalten. Aber am Ende geht es vor allem um eines, eine richtig gute Tasse Kaffee. Und weil wir nicht nur schöne Worte finden, sondern aktiv etwas verändern wollen, kaufen wir unsere Kaffees direkt von den Kaffeebauern und bezahlen ihnen Preise, die weit über den Standards liegen. Zusätzlich geht ein Euro pro verkauftem Kilogramm zurück in die Anbaugebiete. Damit setzen wir uns gezielt für Bildung, Gesundheit und nachhaltigen Kaffeeanbau ein. Wir haben schon jetzt hunderttausende Menschen erreicht und freuen uns auf noch viele, viele mehr. Mit jedem Schluck tust du also nicht nur dir selbst, sondern auch anderen etwas Gutes. Willkommen bei Coffee Circle. Willkommen bei Coffee Circle.